Meine Erzeuger haben mich Martha genannt. Die wollten immer so'n hübsches, nettes Mädchen haben. So eine, die dann einen gut verdienenden, netten Mann heiratet, nette Kinder kriegt, den ganzen verlogenen Scheiß kackt, den sie selbst nie auf die Reihe gekriegt haben. Aber Martha gibt's nicht mehr. Hat sich suizidiert. Meine Band heißt Fake, weil alles nur noch Fake ist. Lüge und Korruption. Du ziehst eine Linie und dann ist es nicht mehr ein Show. Es ist wie ein Freak-Show. Und das ist nicht ein Freak-Show, das ist Rock-A-Roll. Ich repräsentiere die moderne Mädchen. Ja, und das ist was ich meine. Und du repräsentierst einen Mann, der Angst hat. Ich glaube, wir haben alle gehofft, mit der Musik unsere Psychosen zu kurieren. Damals wussten wir nicht, dass Turn eine ganz andere Realität ist. Du schläfst scheiße, seufzt viel und stoppst dir die ganze Zeit ekelhafte Mayonnaise-Sandwiches in die Fresse. Und das Schlimmste ist, du kannst dir nicht aus dem Weg gehen. Ich glaube an den Freitod. Aber ich will dabei Spaß haben. Beim Tantra gibt es so eine Massage. Da wird man drei Stunden analen Genital massiert und dann kriegt man einen Ganzkörper-Orgasmus. Jede einzelne Zelle im Körper hat einen Orgasmus. Und wenn man das nicht richtig veratmet, dann platzen einem die Adern im Gehirn. Dann kriegt man ein Aneurysma. Und so will ich sterben. Ich lass mich massieren, veratme das nicht und dann, zack, bin ich weg vom Fenster. Kill me now.